so angenommen wer das schwert ergreift findet heraus was da hinten ist bei mir das fragezeichen ja bei mir auch hier wird sofort ein ok da haben wir auch nebenquests die ich weiß nicht wie lange gehen sie ganzen also wir gehen dann die wir die hauptquests geht die argla ja bis der will 60 und es dauert extrem lange zu level nachher hier ist noch irgendwie so ein edelerz oder sowas verdammt ich habe es immer bekommen ein schlag dauern verlangen weil ich die füße hier ganz ehrlich naja warte mal ich habe irgendwelche hast du gerade zufällig du hast handschutz der expedition aufgenommen hast du zufällig gerade irgendwie so 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 ein komische scheibe aufgenommen so die quest ist da unten da hinten ist der typ was ist was mit dem typen los tralala faszinierender besuch folge vögelköpfe mein gott kann ich immer die quest hier an alle müssen dran glauben ja alle müssen natürlich dran glauben so wir müssen orgräuber sechstet und 48 zwerg also alles was hier rumläuft ja machen wir machen wir bei mir leckt es gerade ein bisschen ja bei mir aber auch gerade so viele auf einmal draufgegangen sind das möchte hier machen oder denn es mal was denn nur du hast so attacken oder deine eigenen übrigens immer wenn das auge von dem typen blinkt von den großen mann die spezialattacken interessiert und sammeln bitte das zeug auf das die fallen lassen bin ich dabei wie immer wenn wir dabei vielleicht nur noch ein sammeln nur das würde ich gleichmäßig aufgeteilt ja erhältst du nicht gold grad doch 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 aber ich meine gleichzeitig aufgeteilt ja es wird gerecht aufgeteilt eigentlich hatte mal hier trägt es nicht ergeben wenn ich auf die nüsse 6 8 wir haben schon glaube ich gleich alles abgeschlossen jetzt müsstest du etwas bekommen haben geld ja 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 ok dann wird es aufgeteilt hatte aber zu zweit weiß wie angenehm schnell das geht das war krass schnell ok christ abgeben 2.2 level ab alter oh ja ich auch wir sind jetzt level 9 10 können wir nicht so sachen erlernen richtig auch da freue ich mich schon wieder auf alter das ist so geil denkst du willkommen bis level 10 oder irgendeine andere stadt oder müssen wir wieder die da hinten zurücklaufen keine ahnung müssen wir schauen aber der hauptkost noch als nächstes oder dann müssen wir dazu hin düsterer plünderer es ist 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 ich glaube dass voll weit also sind dann in die diesen dahinten denn gibt es auch düstere plünderer ja wir sind vorbei da läuft dann aber stimmt ein glaube ich bin acht das war wir wurden die gerade ganz hinten angezeigt bei mir auch aber es gibt zwei verschiedene spawns und bei maßel wenn man kurz habe ich ja wundering wollte ich gerade sagen stufe 9 oder höher gegen stufe 17 angriff modifiziert 17 erhöht die maximale mp um 14 da war so gut also das ist ein ring also ein richtiger ring also ja ein ring zum anziehen alles klar ja dass wir mitnehmen hätten ist ich finde es voll geil wenn man auch so ärzt und sowas so so irgendwie holen kann so hoja das muss eine zwischenfrage bin ich eigentlich noch laut genug ein bisschen lauter könnte ich wieder reden okay da warte mal was soll jetzt ich liebe diese diese attacken nicht alle machen kann aber das ist so geil irgendwann hat so viel mp dass du irgendwie jetzt müssen wir zurück zur kirscher oder wer typ heißt zu diesem typen da kirscher zum typ zurück einfach oder mhm bist du da schon naja ich bin hinter dir wachst du bestimmt haben wir was solltest ne aber bleibs nicht vor mir opfer opfer du blödes und so blödes sauer sofort blödes sauer sofort blödes sauer sofort hier müssen wir nach hinten laufen statt den lian am außenpostenbericht machen wir oder dennis ja muss schon sein oder da 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 ja aber dann darf ich da hinten jetzt auch mal einmal hier ist das hier eigentlich spieler als freundin zufügen aber nur weil es kann habe keine freude deswegen muss ich hier welche hinzufügen ja okay alles klar machen so schön viel damage alter ja lass das kurz abgeben hier ja ich baue noch hier kurz so ich finde diese 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 option in der sie zum beispiel weil du kannst aber da sie mit alt wenn du alt gedrückt hast du kannst ja um dich um dich rum gucken ne es habe ich will ich hier auch die ganze zeit ich auch und ich finde das sollte man das hatte mit allen spielern aber ich finde es eigentlich so praktisch du kannst ja aber du kannst hier einfach die kamera drehen ja aber auch nicht wenn du ernst doch schon du musst halt immer entgegensteuern es geht schon ja aber das ja es geht max nicht besser anstrengend hat ja das stimmt 1000 EP angriff auf am war angriff auf weil ich kriege neue stört man nicht auch ist dass das das stört wirklich für 12 Silberkopf Rat Rat der Nacht heißt es was ich bekommen alles klar dann machen wir das wir müssen jetzt nach dahinten ne jo to the back side to the back side of the back was ist denn los gar kein sinn to the back side of the back schau mal vor jetzt hätte ich vergessen die aufnahme zu starten die ganze Session über alter hast du wahrscheinlich aber so to the back side of the back Alter wie geil das einfach aussieht im Hintergrund diese Dinger da die aus dem Meer raus tragen und diese lichtdinger dann die höhe schießen oh ja jetzt ehrlich das spiel macht wirklich richtig viel spaß ist übel krass man voll geil müssen wir sehen müssen wir bis jeden abend sucht in den ferien okay ja ich denke wir gucken werde ich dass wir das let's play echt bis paar 30 oder 40 aufnehmen weil wenn wir jeden abend ja irgendwie so neun oder zehn parts aufnehmen geht es eigentlich schon locker dann können wir nehmen ja immer noch ein bisschen rendern und sowas ja guck mal angreifen angreifen würde ich sagen ich mache mal die große tappier ja ja wenn wir da zu 2 drauf haben wie der kein schnittchen hat voll die kampfmusik der tipps hat sich irgendwie schon übel dauernd was das bauen jetzt ja das leben ist schon hart alles nix dabei oder was n 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 f e n ha n n springt ja sehr schmott kommando ich habe noch 112 leben verloren und bekommt irgendwie elf dazu die ganze zeit für die schule 23 bergbau alter ach so das wirst du automatisch nein da musst du sachen für abbauen ja meine ich aber es ist automatisch wenn wir sagen ja du kannst du kannst jeden beruf erlernen okay also du musst dich nicht auf einen beruf spezialisieren du kannst zum Beispiel Schmied und Schneider und ich ihm ist und alles gleichzeitig sein der zwischen werden im Holzfeld noch als ich als Alchemie braun so irgendwie technisch okay ich bin jetzt bei dem tipp da johannes mal die lest ab okay okay ich bin jetzt erst da angriff auf archak wir mussten kaum was machen habe ich schon ein geiles schwert bekommen echt krass ich habe auch noch nicht mehr nicht mehr im dunkeln tappen habe ich es noch angenommen hast du auch einen zerstörerischen robo muss bekommen robo muss für waffenstufe 1 oder höher naja habe ich nicht mehrfach ausgerüstet werden kann dann tot zerstört werden gewährt die chance monster die unterwissen gesunken sind zwischen schaden zu was kann ich damit machen das kann ich beim Schmied irgendwie in eine Waffe einbauen oder so ich habe da ich habe damit jetzt ich habe da rechts dick drauf gemacht jetzt benutze ich das glaube ich ich bin das einfach auch mal ja natürlich okay alles klar dann würde ich sagen geben wir da zu dem Fragezeichen dass das so umläuft oder ja genau da müssen wir jetzt hin hauptsache meine neue Waffe ausrüsten habe ich gerade gemacht Rad der Finsternis meine Waffen sehen voll gut aus ich habe halt ein Rad ähm ich müsste mal ganz kurz aufs Klo das geht nicht mal bisschen du hin ich bin bei dem typ wo wir die quest annehmen müssen ich nehme auch noch kurz die quest dann gehe ich kurz orientieren okay mach das wir müssen auch jetzt eine ganz andere Richtung laufen das war gut ja also gut dann bin ich mal ganz kurz eher aufnahmeunterbrechung weil wegen aufs Klo bis gleich so ich war urinieren habe ich glaube ich weiß warum es nicht angezeigt wurde okay habe mir noch ein Spezi geh geholt und jetzt haben wir übrigens gerade 23 59 und Max erklärt jetzt warum es nicht angezeigt wurde ja der andere haben vielleicht unseren ersten Thera-Part gesehen und als wir die Charakterstellen gemacht haben und wenn es nicht haben uns halt übel aufgeht dass irgendwie eine halbe Stunde dann nicht angezeigt wurde auf unserem Kanal und ich weiß glaube ich die Lösung und zwar haben wir direkt irgendwie kurz bevor es öffentlich gemacht haben noch das alles eingestellt weil sie diese ganzen dann wird hochgeladen und blablabla ich habe es dadurch ein bisschen rum gespart musste erst richtig aktualisiert werden möglicherweise weil ansonsten ist eigentlich schon immer an die Zeit nach zehn Minuten spätestens naja egal okay wir trotz allem ist noch nicht fest und wird zu tun sich so geil alle ohne Witz haben von ihm ja ich habe es angenommen und er hat mir überlaufen die ich dachte er mir hier so lange hier so hat ich sage der Hund kriegt der Hund alle ohne Witz der Unterricht der Regel auf das sage ich habe ja das würde ich glaube ich bin 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 aber der ist schon dauernd das Wildeheit und jetzt können wir nicht in irgendeine Gefilde gehen wo die Viecher mehr aushalten weil ich das ist voll langweilig das wird noch schwerer ich glaube es ist voll langweilig Alter die Viecher die sind eigentlich auch ein bisschen niedrigeres Level ich will mich beschweren ich bin einfach dafür dass wir straight die Hauptquests durchmachen weil dann kommen wir schnell von der Insel runter weil ich nicht mal rennen kann die Bitch doch jetzt ne doch nicht doch jetzt doch ich denke du denkst du kannst du kannst weil ähm ja ohne dass es auf weh drückt schlaufen ja weißt ja mit diesem numm ding als ach sti- halt oh stimmt Alter das kann ich nur die Maus bewegen ja der Baum sieht so hammer ey ohne Witz guckt einfach mal straight nach oben ohne Witz Leute schreibt mal in die Kommentare wie oft du denn das schon gesagt hast ich finde der Baum der ist einfach awesome Alter ohne Witz ist der Baum oh fucking awesome das ich mein gebt euch den mal bezeichne ich ruhig als Schwuchtel weil die Blätter pinks sind oder was auch immer bezeichne mich ruhig als Schwuchtel aber ich finde der sieht einfach nur richtig fett aus ja natürlich sieht richtig fett aus aber irgendwie das ist so so eine richtige vor allem das 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 hier dreht so ne ich finde das hat das hat so was richtig so was mystisch ist ich finde das richtig geil ja aber wenn ich da hochkomme ich mir noch sieht 26 Frames ich nehme nicht mal auf geht dann interessanter ist ich habe ja vor der Aufnahme Render vorgang gestartet ja 2080p Video aber trotzdem es ist dort eine halbe Stunde gell also der hat ich glaube während dem Spielen ist würde ich nicht reden das dauert schon ein bisschen lang ja da gibt dir lieber noch ein Video oder so dann komm mal wenn so ein Render Vorgang so 40 Minuten dauert okay warte mal ich spreche das ist doch mal kurz ab wahrscheinlich wurde eh übel groß der Part weil mittlerweile ist eigentlich eher so die Pizmeat Videos dauern eigentlich alle schon mehr als 20 Minuten okay eigentlich immer so eine halbe Stunde ne 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 das ist gleich fertig der Part ne halbe Stunde mittlerweile ist so im Durchschnitt und dann dann renderst du lieber währenddessen du dir zwei Folgen reinziehst und dann ist das fertig ja aber gut ähm äh hier was ja voll das ist ihm egal der vergleichste ja die Pizmeat Videos also aus dem Grund render ich ja ok bin unterwegs sprecht mit Radmitglied Thäl